Wir bauen heute unser eigenes Krankenhaus und unserer Boss Skibbidi-Bip-Bup, die Toilette ist krank. Wir müssen ihn probieren zu retten, aber dafür müssen wir das komplette Krankenhaus fertig bauen. Es geht um 500 Euro, mein Gegner ist MBK. Wer baut zuerst das beste Krankenhaus in Fortnite? Let's go! Wir sind hier heute zusammen mit MBK. Was geht ab? Bei dem Krankenhaus-Tycoon und ich sag dir ehrlich, ich möchte die Skibbidi-Bip-Bup-Postmittel-Toilette nehmen hier. Die Krankenhaus-Toilette will ich nehmen. Welches nimmst du? Ich nehme das Fischi-Krankenhaus. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Drei, zwei, eins, go! Und wir starten aber noch nicht mit dem... Oha, hä? Junge, warte mal. Bist du gerade auch hier mit dem Krankenwagen gefahren? Mit dem Krankenwagen unterwegs, ja. Okay, komm, wir kaufen jetzt gleichzeitig das Krankenhaus. Okay. So. Bro, was geht hier ab? Einsatz! Nein. Fischi! Bro, bei mir ist Skibbidi-Bip-Bup-Postmittel-Toilette down. Wirklich? Nein. Oh Gott, Leute, der ist richtig krank. Und wir müssen heute in dieser Folge probieren, unser Krankenhaus maximal zu upgraden, dass wir diesen Kollegen hier retten und der König wieder da ist. So, MBK, bist du bereit oder was? Ich bin bereit. Ey, der ist krank. Ja, jetzt geht's los, oder? Ich würde sagen, wir starten. Ja, jetzt geht's los, let's go. Okay, wir starten, Leute. Wir starten, so. Und ich weiß auch, was ich jetzt hier direkt mache. Trick 17. Ich auch nach. So, guck mal hier, guck mal hier. Direkt Geld verdienen, Leute. Direkt Geld verdienen und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich hab... Oh Gott, ich hab Production Room schon. Production? Ich hab Production Room schon. Oh Gott, ich hab erste Wände schon. Ich hab alles freigeschaltet. Level up, alles hier. Hä, schießt du auf mich? Ja, ja, ich schieß auf dich, Bro. Wieso? Meine Produktion läuft. Ich muss leider sagen, Bro, meine Produktion läuft. Es tut mir leid, MBK. Ist gar kein Stress. Was sind denn Dropper? Die, was Dropper sind. Ja, das ist... Ich produzier jetzt Bandagen. Ja, natürlich. Du musst das für dein Krankenhaus, Material für dein Krankenhaus produzieren, dass da alles gut wird. Was zeichnet dein Krankenhaus aus, sag mal? Äh, die Toiletten. Das stinkt. Chefarzt Stani. Ohne Aim. Ey, ist das Spaß, Bro, ist das Spaß. Es war Spaß, es war Spaß, es war Spaß. Wie viel Leben hast du? Also, also... Wie viel Leben hattest du, Junge? Wie viel Leben hat man insgesamt? Aber man hat 300, oh, komm. Ah, das war voll viel, wie ich wollte gerade sagen. Das erklärt einiges. Ich hab jetzt hier auch keine Zeit, Bro. Ich muss hier ein bisschen ackern für mein Krankenhaus. So, erstmal kurz alle geklaut. Man, Stani! Guck mal, guck mal, guck mal. Bro, er checkt selber nicht, dass du hier reingehen musst und die Dinger hier triggern musst. Aber jetzt... Nein, muss man nicht. Ich krieg das Geld auch so. Oh mein Gott, upgrade, upgrade. Oh Gott, große Produktion hier schon. Ja, bei mir... Bro, bei mir ist große Produktion gerade schon. Ich war ein Lügner, ne? Nein, bei mir gehen jetzt hier gerade schon große Krankenhausproduktion rein. Ja, bei mir auch. Warte mal, Leute, ich muss halt mal das hier kaufen. Oh, wichtig. Ich glaub, ich mach den schlaueren Weg wie du. Bin ich ehrlich. Ja, okay, Bro. Okay, wenn wir sehen, ob du den schlaueren Weg machst, weil ich dich jetzt die ganze Zeit killen werde. So. Oh nein. Oh, Bro, bitte. Ja, okay. Ah, da wird schon rumgeheult. Da wird schon rumgeheult. Nein, ich heule nicht. So, easy. Ey, Leute, ich hab die Idee. Ne, das bringt nix. Ey, MBK. Du solltest dich nicht gegen mein Krankenhaus anlegen. Ich will nur ein kleiner Tipp von dir. Ich lasse dein Krankenhaus auch in Ruhe. Warum fightest du denn direkt? Bro, ich verdiene hier ein bisschen Geld. Ja, ich auch. Ich muss dich halt nicht angreifen dafür. Guck mal, du bist so... Bro, ich muss dich nicht angreifen. Ich will dich auch nicht angreifen. Weil, guck mal, du, ich muss hier mal die Monster spawnen und du killst hier einfach von da hinten. Ja, ich geh mal mit's andersrum. Du bist der größte Foul-Fields ever. Ich helf dir. Bro, du stehst die ganze Zeit in deinem Base. Mann, jetzt kluckst du jetzt, hey, ruhig, jetzt reicht's mir. Bro. Oh mein Gott. Jetzt reicht's mir. Oh mein Gott, er trifft dich mal. Er trifft dich mal, Leute. Yo, easy. Wieder Kill Potion. So, nächstes Upgrade. Oh Gott. Oh Gott, Bro. Ich hab jetzt die nächste Produktion gleich, ne? Wie? Bro, aber du hast ja die komischen Wände. Irgendwie ist das komisch. So, ich hab jetzt auf jeden Fall nächstes Upgrade gleich. Ah, jetzt hat er hier erstmal die... Produktionsupgrade. Ja, also, ich sag dir jetzt schon, MBK, denk... Kann ich's bauen. Ich kann nicht bauen. Ja, wie wolltest du bauen? Ich sag nur eins, MBK. Denk dran, es geht um 500 Euro. Ja, ich weiß. Da solltest du dich lieber anstrengen. So, das war's, Leute. Das war's. Guck mal, was wir jetzt hier für eine Produktion haben. Yo. Wie viel Geld gerade machst du die Sekunde? Nur mal so kurz als Frage. Ey, die Sekunde macht gerade 32. Also doppelt. Du? Du machst 32 Grad die Sekunde. Ja. Wie viel Geld du bist? Der ist so ein Lügner, Leute. Geil, Alter. Wie, mach's nur, ehrlich? Bro, ich mach 500 gerade. Ich? Ich mach grad 500. Jo. Guck mal, wie nett ich bin. Ich spawni für dich. So, ich hab ja zum Glück, ne? Godslurps die ganze... Ja, kannst du mich deine Godslurps nehmen? Ja, ich will jetzt erstmal die Dropper ausbauen, Freunde, bevor ich jetzt hier das Krankenhaus weiter ausbaue. Weil hier, guckt euch mal hier mein Labor an. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr heftig aus. Und hier werden wir gleich auch noch so ein Upgrade kriegen. Aber wir müssen unbedingt... Was, du brauchst schon in deinem Labor? Jawohl, in meinem Labor hab ich da paar... Ich kann nicht drüber reden, was ich in meinem Labor anbaue, ja? So, MK, willst du mal wieder hier vorkommen, oder was? Nee, ich bin glücklich. Boah, ich mach hier alles weg. Ich hab gleich 3500 Freunde. Dann geht's ab. Du kannst... Ich sag dir ehrlich, du kannst gleich einpacken. Wenn ich gleich die neuen Dropper habe und mehr Geld kassiere wie du, warst das für dich? Ja, aber ich hoffe nicht, kriegst du mehr Geld. Weiß man ja nicht. Warum soll ich nicht mehr Geld kriegen? Das sind Dropper, Bro, das ist eine Produktionsstelle. So, ich hab jetzt... Die hat mir gerade ein SMS geschrieben, der meinte, der Krankenhaus stinkt. Wer? Dein Skibbidi, Dein Skibbidi Toilette. So, wir haben jetzt 3200 gleich. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das Geld fließt, das Geld fließt. Äh, da hinten ist noch ein Zombiespawner. Ja, 3300. Okay, das war's. Das war's mit dir, MK. Ich sag nur, das war's. Sagst du? Jetzt kommt der neue Dropper von mir. Jetzt schon, überleg dir das mal. Und... Ist das ein Dropper? Yo! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier, Leute. Guckt euch das an. Junge, das geht jetzt. Hier. Nein. Alter. Das ist eine Vergrößerungsmaschine, Bro. Was? Ja, ja, vorbei. Also, ich sag nur, MBK, für dich ist vorbei. Real Rap. Ja, gar nicht. Ich mach jetzt... Soll ich dir sagen, was ich diese Sekunde mache? Aber auf ehrlich. Ich kann's dir sagen, auf ehrlich. Ich wollte jetzt mal die... Oh. Leute. Also, ich mach gerade 7.000 die Sekunde. Guck mal, Leute. Hier haben wir jetzt unseren Production Room. Das ist sehr, sehr nice. Ich mach 7.000 Grad die Sekunde. Mann, das wabbelst du für Müll. Aber mal ehrlich sein. Nein. Bisschen am Lügen in den Tycoon-Folgen. Guck mal, das... Guck mal, es gibt sogar eine Sache in der Mitte, Freunde, die ich mir holen will. Und zwar, man kann nämlich, wenn man gut genug ist, kriegt man nämlich den Doktor-Modus. Ne? Das weißt du. 2,5 Millionen Diamanten-Leuchten, ne? Da kriegst du den Doktor-Modus und da ist dann eh over. Naja. Ey, MBK, ist das dein Ernst? Warte mal. Warte mal. Sag mir, nein. Was denn? Oh, oh, oh. Nein. Hilfe. Bro. Bro, ich lasse dir den Dropper nicht bauen. Dass ich mehr Geld verdiene. Wie? Bro, ich lasse dir jetzt den Dropper nicht bauen, weil du musst dir diesen Dropper bauen. Und den werde ich dir jetzt nicht fertig bauen lassen. Ja, alles gut. Weißt du, warum? Bin jetzt eh schon da. Bro, du bist gar nicht da. Was lauerst du? Ich bin hier. Hey, das ist eine Fensterscheibe. Nein! Was war da denn los? Bro, guck mal, das ist egal. Ich habe dich so lange aufgehalten. Jungen, ich war so. Ey, ich bin so im Vorsprung, ne? Oh, mein Gott. Okay, man kriegt aber echt viel mehr, ne? Ja, klar. Ich werde echt viel mehr. Easy peasy, Leute. Das ist dein Los, Dingi. Hast du dein Kontrollen abgesteckt? Was da los? Was da los? Ich habe gerade keine Zeit. Was ist denn da los? Was ist da los? Freut er sich? Aber das bringt dir nichts. Weil ich gerade was Neues in meinem... Oh, mein Gott. Mach ich viel Geld jetzt gerade. Leute, wie viel Geld machen wir gerade? Guck mal. Ey, guck mal. Es geht jetzt hier nicht darum, wer die meisten Zombies killt oder sonst was. Es geht darum, wer den Tycoon gewinnt. Und meine Produktion ist hier Medikit, Spraykit. Und nächstes Upgrade. Jetzt? Okay, Bro. Ich bin so im Vorsprung, Freunde. Ich bin... Ja, vorbei. Jetzt ist es vorbei. Upgrade Dropper. Oh, mein Gott. Was kommt denn jetzt hier raus? Yo. Ich bin auch erst gerade gekauft. Yo. Guck mal, Leute. Hier. Riesen Medikit und so. Yo. Er ist es jetzt? Stunny. Stunny. Schieß mal weiter auf mich, während ich nur die Zombies haben und mehr Geld wie du mach. Also ich will jetzt nichts sagen, MBK. Ich bin so im Vorsprung, aber okay. Sagst du? Easy. Easy, 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 easy. Easy. MBK, das war easy. Es war easy so wie du. Du bist kein Gegner für mich. Da muss ich dich leider enttäuschen. Was kann das nächste Upgrade? Oh, ich hab das nächste Upgrade schon. Junge, ich mach grad 120 Dollar die Sekunde. Ja, ich auch. Was laberst du? Na klar. Bro, ich hab doch grad gesehen, was du machst. Du hast grad mal den danach gekauft. Nee, ich hab den für 6.250. Wie viel Geld hast du gerade? Ich hab gerade, jetzt hab ich 6K wieder. Ja, aber ich bin so im Vorsprung. Ich bin so im Vorsprung. Das Ding ist halt, der Dropper muss halt erstmal fertig werden. Das ist das Wichtigste, Freunde. Und dann können wir nämlich das Krankenhaus weiter ausbauen. So, Abfahrt, Dropper fertig. Welcher hast du jetzt geholt? Den für 17.000 oder was? Oh, da kracht's, Alter. Die sollen mein Controller updaten. Da kracht's. Mit Controller kann man auch schneller schießen. Oh, ja. Ja, kann man, siehst du doch. 7.500, Leute. Oh, das wird jetzt eklig. 17.500 Dollar. Let's go. Und jetzt war ich... Oh, mein Gott. Packing Station. Junge, guck mich das mal an. Jetzt geht das hier durch noch. Boom. Geupgradet. Ja. Also jetzt wird bei mir hier alles grad geupgradet. Aber sagen deine Leute den Kommentar nicht dazu, dass du mit Controller spielst, dass es unfair ist. Bro, was laberst du mit unfair, Junge? Es ist unfair. Es ist unfair. Was für einen Vorteil haben wir denn? Oh, mein Gott, Leute. Das wird er nicht gecheckt haben. Das wird er noch nicht gecheckt haben. Sehr gut. Krankenhaus ist gut ausgebaut schon. Oh, hier noch eine Uhr bauen, Leute. Oh, guck mal, wie nice das aussieht. Zombies kennen gar nichts mehr. Also... 121 macht man viel mehr als Zombies kennen. Bro, ich sag dir ehrlich, mein Krankenhaus sieht schon echt gut aus. Hier in der schöne Corner. Oh, Leute, wie geil sieht das Krankenhaus bitte aus. Hey, was macht dir der Zombie? Die Patienten werden so Zombies. Oh, mein Gott, Freunde. Was haben wir jetzt hier? Äh? Peely is down. Yo. Yo, Leute. Jackpot. Jackpot. Wie Peely is down. Äh, nix, 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 nix. Alles gut. Alles gut, Bro. Bei mir, ich sag dir ehrlich, bei mir hier im Krankenhaus, Patienten, Bro, werden super behandelt. Super behandelt, Bro. Wirklich? Super behandelt. Hier, Changli wird behandelt. Oh, ja. Oh. Leute, da rechnet schön die Krankenkasse ab, sag ich euch ehrlich. Hier rechnet die Krankenkasse ab. Ey, das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. So, den Kollegen hier haben wir jetzt hier auch nochmal. So, Peely, den alten Paul Bergertz. Peely. Ah, jetzt macht er mir nach, Leute. Oh, mein Gott. Und, oh, hier haben wir MBKs Vater, haben wir auch dabei. Oh, MBKs Vater ist hier auch. Geht's ihm nicht gut? Was hat er? Ja, Bro, er hat Probleme. Der hat sehr, sehr krasse Probleme. Aber ich hab ihm trotzdem geholfen. Er sagt, ich bin krank. Ich bin Stannis. Weil Stannis mein so alter Schwede. Ja, nur beleidigen kann er erst mal, Freunde. Hä, was? Du. Aber ich heil hier meine Patienten. Ich heil, ich kümmere mich gut um meine Patienten. Ich auch. Und deswegen zahlen die auch Baba Kohle hier nebenbei. So, der braucht, hier MBKs Vater braucht vielleicht auch noch ein bisschen Heilung. Changing Room. So. So, da krieg ich hier auch noch ein bisschen. Okay, Changing Room. Okay, ich hab sehr viel Unterdienste gekauft gerade noch. Oh, mein Gott, hier. Oh, was ist das denn hier? Oh, können wir kaufen, Leute. Hier natürlich hier nur. Oh, Gott. Guck mal, es gibt hier extra für Skibbidi-Bib-Bub eine, ah, so eine Toilette sogar. Okay. Sehr. Bro, die bringen einfach gar kein Geld. Bro, die bringen die Geld. Die, die bringen kein Geld. Ja, dein Vater gibt mir 700 Dollar. Das war's. Junge, 700 Dollar einfach dafür, dass ich kurz mit ihm den heile, ist übelst viel. Okay, das stimmt. Dann darf er sich. Guck mal, Leute, man macht ja einfach gar nichts. Man geht ja einfach lang, boom, kriegt das ganze Geld obendrauf. 700 Dollar. Und... Das ist stark. Oh, Gott, warte mal, warte mal. Was können wir noch bauen, Leute? Ich muss jetzt überlegen... Wir können jetzt ein bisschen Vorsprung. Junge, er denkt wirklich, dass Zombies mehr bringen. Krass. Krass, 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 krass. Also, ich muss sagen, interessant ist... Du hast wirklich sehr, sehr interessante Anlaufstelle diesmal. So eine... Ich mach das jetzt alles... Bro, er checkt einfach nicht... Du musst in deinem Krankenhaus dich um deine Patienten kümmern, du Dulli. Hab ich doch. Die werden doch grad geheilt. Die kümmern sich grad drum. Ich hab Schwester Joy eingestellt bei mir. Bei dir? Ach, wie? Du hast Schwestern eingestellt? Ja, ja. Also, die kümmern sich jetzt jeder... Also, ich hab jetzt nur ersten Raum. Bei Pili. Weil das teuer ist. Bro, was laberst du? Es gibt ja keine Schwestern hier. Ich hab hier Schwestern. Wirklich? Für Chun-Li kostet die nächste 20.000, aber das hab ich umlänglich. Ich schwör, dass es hier Schwestern gibt. Ich schwör. Ja, guck mal, wie er lacht, Leute, der Eklige. Guck mal, wie er lacht. So, dein Vater wird dir auch nochmal geholfen hier. Ey! Aber Dulli! Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gibt's gleich was, Leute. Jetzt gibt's hier was. Alter, was geht bei mir ab gerade? Perzeption. Ich mach so viel Geld, Bro. Ich mach so viel Geld gerade. Mein Krankenhaus ist jetzt Non-Plus-Ultra, Leute. Hier und... Ja, vorbei. Meins ist Non-Non-Plus-Ultra. So, nächster Dropper. Oh mein Gott, Leute! Oh, okay, vorbei. Vorbei, Bro. Ich sag's so. Vorbei. Also für dich jetzt wirklich vorbei. Ich sag ehrlich... Oh Gott, deswegen, Leute, was passiert hier gerade? Junge, jetzt wird der... Was passiert denn? Sag doch mal! Ich kann leider nicht reden. Sorry, ich kann leider nicht reden. Du bist so ein Spinner. So ein Schaumspieler. Junge, ich mach grad so viel Cash gerade. Ich hab grad wirklich so viel Cash gerade gemacht. Genau. Oh Gott, das ist... Changing Room, Leute. Klamotten. Ey, man kann die sogar... Hä? Man kann die den Skin ändern? Ah, das gibt wahrscheinlich... Ah, okay. Ich check's, ich check's, ich check's. Ach, in Changing Room? Ja, ja. Was soll das bringen? Bro, da kannst du deinen Patienten upgraden. Da kannst du einfach deine Patienten upgraden. Skinbox. Wie krass ist das denn? So ein Lügner. Nee, da kannst du wie ich deine Patienten upgraden. Was, Lava's? Ich hab's grad gekauft. Ah! Einmal eine Skinbox. Ey, okay, ich geh aber wirklich weg von den Zombies, weil das bringt real talk gar nichts. So, das Glas haben wir hier erstmal gekauft. Ich muss sagen... Oh, mein Krankenhaus sieht echt gut aus. Würdst du dich selber behandeln? Lass dem Krankenhaus mal übergeben. Safe. Ja, ich bei dir nicht. Safe hier, Bücher. Also bin ich ehrlich. Ich muss mal gucken, dass wir hier gleich die zweite Etage bauen. Hast du noch nicht? Bro, was laberst du? Oh mein Gott. In Gradient Base. Okay. Oh mein Gott, okay, das ist Game Changer, Leute. In Gradient Desk? Ich hab jetzt echt einen Mitarbeiter! Hier, und was macht er? Wer ist? Ich weiß nicht. Ich muss erst mal seinen Schreibtisch bauen. In Gradient Desk. Wie viel Geld machst du grad die Sekunde? Äh, 201. So wenig? Ja. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss mal hier gucken. Bro, ich mach grad 307. Oh, du auch. Okay. Ach, du machst jetzt auch 307. Klar. Ah, okay. Oh mein Gott, hier. Ich hab hier den... Bro, also ich glaub, das ist ein Problem. Was laberst du? Ich kann für 30.000 das erste Item kaufen, um meinen zu healen. Ja, super. Super. Super, 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 super. Aber Bro, du hast ein paar Sachen vergessen. Na? Weil du hast deine Base noch nicht ausgebaut. Zweite Etage noch nicht. Äh, doch. Nee, hast du noch nicht? Na klar. Hast du noch nicht? Ja, ich muss das kaufen, Leute. Ich muss das unbedingt kaufen. Du auch nicht. Hast du schon Packing Station? Hä? Oh Gott, er checkt sich mal der Etage. Hast du schon Packing Station? Natürlich. Schon lange. Was wird da verpackt? Bro, die ganze Leben... Die Medikamente werden da verpackt. Okay, du bist noch nicht so weit wie ich. Hä? Also hast du Packing Station schon oder was? Nö. Ja, ich hab Packing Station aber schon. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich hab Packing Station und ich mach jetzt... Okay, ich schick mir ein Foto davon. Komm doch rüber bei mir in die Base. Nee, nee. Ich betritt dein Krankenhaus nicht. Ja, ich verpack dir gerade, äh, äh, Dings hier, meine Geschenke. Ich hab mir jetzt ein Hoverboard geholt. Nee, das bringt dir nix, Hoverboard. Bro, willst du jetzt mit Hoverboard durch dein Krankenhaus fahren? Ich verpack hier schön meine Geschenke, dass ich hier schön Kohle mache. Öh, man kann selber in diese Spritze gehen und es größer. Bitte rede nicht. Bitte rede nicht. Bro, hol dir erstmal die Packing Station. Weil, soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Hast du die Paketstation? Hab ich wirklich nicht, hab ich wirklich nicht. Oh Gott, großer Fehler. Ja, du hast verloren. Du hast verloren. Was ist der Tipp? Bro, du kriegst jede Sekunde 75 Dollar. Wie? Du kriegst jede Sekunde 75 Dollar. Von der Packing Station nur? Ja. Oben drauf? Ja. Wie viel verdienst du die Sekunde? Ich verdien gerade 710 die Sekunde. Ja, okay. 710 hast du vorhin schon gesagt, als du gelogen hast. Hä? Ein Spinner. Ich hatte gesagt 301, aber okay. 307 hast du gesagt. Ja, 307. Ich merk mir doch nicht, die Zahlen. Aber davor hast du 710 gesagt. Ja, ich sag nur, für dich ist jetzt vorbei. Weil ich werde jetzt noch einmal meine Patienten hier behandeln. Und dann werde ich dann den ersten... Leute, dann werde ich das erste Mittel kaufen für meinen Boss hier. Was? Ist das dein Boss? Ist mein Boss, Bro? Ist mein Boss? Packaging? Hier, Jonas. Bro, was ist das denn? Ja, vorbei. Jetzt 30.000. Das packen wir noch. 30.000, Leute. So. Da müssen wir jetzt eins von drei Mushrooms kaufen. Oh. Oh. Was denn? Let's go. Mein Boss. Mein Boss geht's besser. Skippy, die Toilette geht's besser. Ist aufgefüllt. Bro. Was hat er gesagt? Er ist aufgefüllt. Das hat er gesagt. Oh mein Gott. Das wird er niemals haben, Freunde. Das, okay, das war's mit dir, MBK. Ich, wirklich, ich sag ehrlich, das war's mit dir. Real Rap. Ja, okay. Ja. Hast du schon die zweite Etage? Oh Gott, guck mal, wie viel Geld wir jetzt machen. Was laberst du? Guck mal, wie viel Geld wir jetzt machen. Das ist die zweite Etage. Yo. Vorbei. Ey, das ist so vorbei. Wo ist die zweite Etage? Bekauft man die? Ich kann's dir leider nicht. Guck mal gleich bei mir rüber, weil ich mach grad so viel Kohle, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich mach grad, ich hab grad Privatkunden bei mir im Krankenhaus. So. Package Station. 200 Dollar die Sekunde. Ja, vorbei. Ja, ja, ja. Es ist vorbei. Nee, für dich ist es vorbei jetzt, wirklich. Gib auf und dann ist, weißt du, dann musst du dir nicht. Package Station. Äh, es ist so. Es ist wirklich so. Ich mach 200 Dollar die Sekunde. Wo kaufe ich den? Bei der Package Station. Wo kaufe ich die neue Etage? Wo kaufe ich die neue Etage? Da müsstest du erstmal für deinen Boss was freischalten. Hab ich schon das Erste. Ich hab's immer noch nicht. Ja, dann kann ich dir nicht sagen, wo die... Oh mein Gott, 25.000 Dollar plus. Oh mein Gott. Playtime Reward. Vorbei. Guck mal jetzt bei mir Krankenhaus. Guck bei mir Krankenhaus. Guck bei mir Krankenhaus. Und vorbei. Zweite Etage. Zweite Etage ist bei mir. So. Guck hier, Krankenhaus. Oh mein Gott. Guck Krankenhaus bei mir. Guck hier, zweite Etage. Ja, ich muss dich... Ich reg grad um meinen Patienten. Ich würde da immer ganz kurz, ja? Oh, Gottes Willen. Oh Gott. Hier oben wäre jetzt Wände gebaut. Neue Waffen sind hier. Ja, vorbei. Also, du kannst einfach... Weißt der's? Ja, ja. Ich hab's gesagt. Ja. Ich hab's dir gesagt. Du wolltest dich hören. Okay, easy. So. So, jetzt haben wir hier neue Dropper. Runde. Super. Neuen Dropper haben wir auch. So ein Lügner. Ich wollte dir erstmal alles zu, dass du hier nicht... Ein wahrer Freund würde warten, weißt du, wie ich meinst. Hey, warum soll ich dich warten? Wir spielen gegeneinander. Was redest du? So, neues Level. Ja, damit fair ist. Du hast früher angefangen. Hä? Junge, was redest du? Ja. Ich hab's sogar schon Balkon. Ey, man kann Toiletten so auch machen. Wie? Wirklich? Ja, ja. Gibt das Geld oder was? Nee, nee. Ey, ich sag dir ehrlich. Also, bei mir... Ich war jetzt oben ein neues Labor. Yo, wie deine Krankenhaus aussieht. Ja, ich hab's dir gesagt. Gib auf. Bro, dass sie auszieht vom Mond. Jetzt bist du... Jetzt wird's hier erstmal noch um die Patienten ein bisschen gekümmert. Einmal hier... Das Problem ist... Guck mal, du hast dir das Hoverboard geholt, ne? Äh, ja. Und? Bro, das Hoverboard war die schlechteste Entscheidung überhaupt. Wie? Ja, Bro, was bringt denn das Hoverboard? Das bringt doch gar nichts. Ich hab das doch gar nicht gekauft. Hast du doch gesagt. Ja, ich hab dich geprankt. Äh, lustig. Bro, ich werd jetzt hier schön erstmal ein bisschen in der Packstation ein bisschen Geld ansammeln. So, ich würd's das. Bro, ich... Ich würd den Win gönnen, aber nicht das Geld, sag ich ehrlich. Ja, aber guck mal, ich zieh dich in jeden Tycoon ab. Du bist für mich auch kein Gegner mehr. Das ist der zweite, den du gewinnst dann. Was redest du? Du hast doch nicht einen Tycoon wie Savile, du bist genauso ein Opa wie Savile. Nein, 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 ich hab jeden Tycoon, jeden Tycoon-Reichs jetzt gewonnen. Hier einmal noch, Jonathan wird geheilt. Boom, 1300 Dollar. Lass Jonathan in Ruhe. Bro, soll ich dir mal sagen, wie viel Geld ich auf Konto habe? Ich will's dir nicht sagen, weil ich baue jetzt ein Labor. Wie viel ist dein Outfit wert? Oh mein Gott, Leute. Laptable. Oh! Wissenschaftler? Okay. Ich hab hier jetzt Wissenschaftler bei mir angestellt. Ja, vorbei, Leute. Vorbei, guckt euch an. Hier, die Wissenschaftler untersuchen grad den Chuck-Chuck. Und der Wissenschaftler untersucht grad irgendwas anderes. Hast du Weapons gekauft? Na ja, klar, hä? Muss man, ne? Ja, vorbei. Freunde, komm, wie viel Geld wir jetzt machen. Guck mal hier. Der Wissenschaftler hier untersucht hier auch irgendwelche Sachen. Also, da suchen die? Junge, ich sag dir nur, vorbei. Also, ich seh grad dein Labor, ey, das kannst du nicht. Du siehst grad mein Labor, was laberst du? Ja, hast du eigentlich schon ein Restaurant bei dir? Ich hab hier schon ein Restaurant bei mir im Krankenhaus. Bro, ich hab hier ein schönes Restaurant, Junge. Yo, ich kann Essen verkaufen. Ich kann Essen verkaufen, vorbei. Ja, das war's, das war's. So. Also, MPK, das war's wirklich für dich, ne? Wir untersuchen jetzt hier grad die Chuck-Chucks bei mir im Labor, um einfach nur festzustellen, wie gut die sind. Weißt du, wie ich mein? Oh, das ist lecker, Leute. Das ist lecker, da werden wir mal kurz was machen. So, bei Restaurant, Abfahrt. Kill die mal, kill die mal. Security ist eh bei mir auch an, du kommst bei mir gar nicht rein. Ja, ja, ist gut. Was machst du denn da? So, Pucking-Station. Ich packe hier schön alles ein. Ja! Hä? Hä? Wie random war das denn, Leute? Ich check's nicht. Du bist an der Wand hängen geblieben, ne? Nee, ich check den Bro. Das Ding ist, was ich vorstellbar gewesen kann. Aber ist auch egal, dann kann ich mich wenigstens um meine Patienten kümmern. Guck mal, ich wollte dich ja eh nur ein bisschen träumen, weil ich hab so viel Geld. Ich mach mir, guck mal, ich mach grad, was machst du grad pro Sekunde? Stani, nicht sauer sein. Nicht sauer sein. Nee, sag mal bitte, wie viel Geld du grad pro Sekunde machst. Nee, ich mach jetzt gerade 191 pro Sekunde. Wirklich? Ja, wirklich. So. Soll ich dir sagen, was ich mach? Das juckt mich nicht, weil du eh lügst. Ich mach 231, Bro. Die mach ich doch jetzt auch mit den nächsten beiden Upgrades, die ich jetzt mach. Ja, aber die musst du... Guck mal, ich kauf jetzt schon neue Upgrades. Ich hab gleich 27.000. So, zack, zack. Und kann... Öh. Was bringt denn jetzt... Hä, was bringt denn jetzt? Wissenschaftler-Security. Wie, du... Oh mein Gott, er hat doch nicht Lust für Wissenschaftler-Security. Ja, kein Wunder, warum du so weit hinten bist. So, nächster Wissenschaftler. Ich bring auch was, so, Restaurant gebaut. Oh. Oh. Leute, das sind hier richtige Erste-Hilfe-Kids. Guck mal, wie teuer. Ja, oh Gott, das wird jetzt richtig teuer. Aber egal, mein Krankenhaus, hier wird alles untersucht vom Feinsten. Und in der Zeit... Also, Stift und Waren, Siegel, äh, Standi, sagst du? Ja, guck mal, ich werd jetzt hier schön, MBK... Ich werd jetzt hier schön an meine Paketstation gehen und nehm' mir noch ein bisschen Geldfarben. Ich auch. Ich auch. So, MBK, meine Arbeiten sind mittlerweile so vorangeschnitten, dass ich mir jetzt hier die neuen Arbeiter holen kann. So, zack... Ich auch. Tatsächlich genau, ich auch. Ach, du kannst dir jetzt auch den neuen Arbeiter holen. Ja. Ja, der nächste Arbeiter bei mir kostet ja schon 70.000. Ey, nee, 62.500, wenn man's genau nimmt. Ja, ich hab ja noch einen weiter wie du. Ey, nee, das hast du nicht, das weiß ich aber auch. So, Leute, der wird jetzt hier gekauft. So. Yo, hier wären Minis. Ja, okay, ich mach jetzt 301 Dollar die Sekunde. Vorbei. Vorbei, Leute. Ja. Ey, schämst du dich nicht so zu lügen? Ich lüge dich, ey, warum soll ich nicht lügen? 301, Leute. Ich mach 301 Dollar jetzt gerade. Ja, okay. So, und jetzt mach ich hier noch die Packingstation, da kommt nochmal 200 Dollar oben raus. Also mach ich 500 Dollar die Sekunde, ganz einfach. Jawoll. So, ich lass durchlaufen, Leute. Oh, jetzt wird erst mal 70.000 Dollar, hab ich jetzt so, auf der hohen Kante. Hast du auch so viel? Nee. Ach, nee? Ich hab 50.000. 50.000, ja, ich geh jetzt schon mal upgraden. Mal gucken, ich denke mal, jetzt werde ich nochmal 100 Dollar mehr die Sekunde machen, Leute. Jetzt kommt nämlich hier, oh mein Gott. Oh, okay, jetzt vorbei. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt machen. Guck mal, der Kollege hier arbeitet da dran. Okay, wir könnten hier oben. Oh, der Storage Room. Oh. Oh. Oh, Box, Leute. Okay. Wie, Box? Okay. Hast du eine Box? Hier sind, oh nein, nein, nein. Leute, hier können wir die Boxen befüllen und machen dann noch mehr Geld. Das checkt der nicht. Hast du jetzt oben ein Boxenpaket? Den Dienst? Nee, 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 alles gut. Ich bin hier noch, äh. Hast du eigentlich schon das Restaurant? Ja, ich war schon fertig. Das Restaurant hast du auch schon fertig, ja? Ja. Aber du hast noch keinen Mitarbeiter für 62.000 oder was? Äh. Doch. Wir sind oben lechendlich. Einen habe ich. Wir sind oben lechendlich komplett durch. Wir haben komplett hier alles. Guck mal hier. Unser Boss. Wir müssen gucken, was unser Boss macht, Freunde. Der ist hier. Boss, halte durch. Ich werde dich saven, Boss. Alles gut. Guck mal hier, wir können das. Oh. Bro, ich kann sogar schon das nächste kaufen. Vorbei. Vorbei. Okay, das holen wir uns gleich. Was ist denn, was ist das denn hier? Storage Package Room. Hast du das noch nicht? Doch. Ich habe das jetzt auch. Ja, du musst die Boxen kaufen. Nur so als kleinen Tipp. Ja, genau. Nur so als... Und Pakete wieder packen. Tschüss. Nur so als kleinen Tipp, du musst die Boxen kaufen. Ja, gar keinen Stress. Gar keinen Stress. So, 346 bekomme ich jetzt auch. 346? Ja, und bekomme jetzt, bin früher wie du wieder unten am Machen und... Junge, was redest du? Ich mache die ganze Zeit Boxen oben. Was laberst du? Die machen sogar 400 Dollar. Was laberst du? Ich habe oben doch auch gerade alles gekauft. Junge, aber die Boxen kannst du gleich gekauft haben. Na klar. So, Freunde. Ich bin genauso weit wie du. Nein, nein, nein. Mein Boss geht es schon viel besser wie dir. Mein. Mein Boss, Bro. Mein Boss. Nein, nein, geht es besser. Hä? Hä? Hier ist nichts passiert, Bro. So. Ich mache hier die ganze Lieferung fertig. Oh. Oh mein Gott. Hast du auch schon den X-Ray Room? Klar. Ja. Was? Der Röntgenraum, ne? Den habe ich auch schon. Den Röntgenraum hast du auch schon. Ja. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Leute. Hier. Jetzt sei mal ehrlich. Ne, sei mal ehrlich. Hast du hier den Röntgenraum wirklich schon? Nein, nein. Aber du hast auch noch nicht mal beide Wissenschaftler. Warum gibst du Geld aus? Tja, weil ich halt weiterdenke, Bro. Guck mal, ich habe hier den Röntgenraum. Und weißt du, wie viel? Also ich habe jetzt gleich wieder 50.000 Euro für den nächsten, ne? Ja, aber du hast nicht den Röntgenraum. Und ich mache hier gerade passiv mit dem Röntgenraum. Ja, vorbei. Okay, Leute. Röntgenraum, Schmöntgenraum. Hier wird erstmal jetzt hier schön geröntgt noch. Zack, zack, zack. Ey, Leute. Der Röntgenraum bringt ja gar nichts. Das ist ja übelst der Müll gewesen. Ich check's nicht. Aber ich glaube, ich kann jetzt neue Stufen nach oben bauen. Also wir müssen wirklich jetzt leider erstmal weiter Pakete packen, dass wir hier deutlich mehr Kohle machen. Nicht, dass wir hier wirklich noch überholt werden. Aber ich glaube nicht. Also wir haben so einen krassen Vorsprung. Ich denke mal nicht, dass er mich uns einholen kann. Äh, Bro. Also jetzt werde ich mir noch den letzten Wissenschaftler holen. Neben meinen X. Ich könnte mir auch hier neue Stairs holen, Leute. Ich hol mir jetzt erstmal den Wissenschaftler oben, weil der verdient ja auch nochmal ein bisschen Kohle. Hast du nicht beide Stairs geholt? Äh, nee. Ich hol mir jetzt noch die Wissenschaftler hier oben. So, X-Ray. So, jetzt haben wir alle Wissenschaftler. Jetzt war ich 391 Dollar die Sekunde. Oh. Freunde, was ist das denn hier? Oh. Hä? Was ist das denn hier? Nochmal 30.000? Ich hoffe, du hast den X-Ray-Room schon. Habe ich auch. Ich habe dich überholt. Was laberst du? Und ich habe den, äh, den Tisch in der Mitte, oder wie das heißt. Den Tisch hast du auch schon in der Mitte. Den Tisch in der Mitte habe ich auch schon. Ja, gut. Ja, gut. Juhu. Juhu. Super. Natürlich hast du den Tisch in der Mitte. Ich hoffe auch, dass du schon die Waffen hast und den Dings alles so. Ich habe den Tisch in der Mitte. Ja, ist doch okay. Aber ich hoffe, dass du auch unten schon den zweiten Dings gekauft hast. Den Mushroom, den zweiten. Den zweiten Mushroom, den habe ich auch schon. Was? Ich kümmere mich um, um alle Patienten. Ey, Leute, was redet? Der redet so ein Müll. Der redet so ein Müll. Okay, das war's. Das war's. Ich weiß halt nicht, ob unten dieser zweite Mushroom, den ich gekauft habe, ob der sinnlos war. Also, ich habe nichts bekommen. Das Ding ist, Leute, ich glaube, ich habe halt 30, also, ich glaube nicht, dass du vorne bist, aber ich habe, glaube ich, 30.000 Dollar für umsonst ausgegeben, Bro. Ich sage dir ehrlich. Ja, das Ding ist, ich kaufe die restlichen Items, wenn ich alles gekauft habe. Weißt du, was ich meine? Ja, ist auch richtig, ist auch richtig. Aber Dings, ich habe unten den Mushroom gekauft für 30.000. Der hat irgendwie gar nichts gebracht, aber ich check's auch nicht. Also, ich werde jetzt eh erstmal hier in meiner Paketstation weiterarbeiten. So, da haben wir ein bisschen Geld wieder auf der hohen Kante. Oh, das sieht ja nicht gut aus. Ja, jetzt ist eh vorbei, Freunde. Jetzt ist eh vorbei, weil ich könnte hier... Das Ding ist, ich habe Angst, wenn ich hier die Stairs kaufe, dass ich... Hast du dir unten eigentlich auch den zweiten Dings geholt, den zweiten Mushroom? Nee, ich hole ja erst am Ende alle, also die Items. Weil ich habe jetzt hier noch... Du kannst jetzt hier Blume kaufen, ne? Nein, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Nein! Hä? Guck mal hier, Leute. Warte mal. Bro, sag mir nicht, ich habe hier einen Glitch gefunden. Guck mal. Warte mal, es könnte sein... Es könnte sein, dass ich... Da auch... Dass ich dann mehr Geld kriege. Gott, ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Ich will jetzt nicht pushen, aber ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wie ich... Und der wäre... Kann ich dir leider nicht sagen, aber ich glaube... Sag doch mal. Was kaufen, Leute? Ich muss jetzt gucken. Weil vielleicht kann ich mir doppelt Wissenschaftler mit meinen Tricky holen, den ich habe. Und dann habe ich gleich nämlich deutlich mehr Geld wie du. Doppelt Wissenschaftler? Ach, du meinst mit dem Bloom-Upgrade. Mit dem Bloom-Upgrade? Das hole ich doch jetzt. Ja, das hole ich doch jetzt. Bro, was laberst du, Bro? Ich baue jetzt gerade doppelte Wissenschaftler hier. Ja, mit dem Flower-Upgrade oben an der zweiten Etage. Ich bin doch nicht doof. Hä? Bro, keine Ahnung, was du redest. Okay. Dann nicht. Dann alles gut. Keine Ahnung, was du redest. Dann sei in deinem Glauben, dass du noch weiter bist. Ich bin hier immer noch schön am Pakete packen. Hä, aber... Leute, was ist das hier? Nein, bist du in einer anderen Welt? Ich bin... In einer anderen Welt. Okay. Guck mal, das macht gar keinen Sinn, Freunde. Das macht Real Rap gar keinen Sinn, was ich hier habe. Aber wann kommen hier die Wissenschaftler? Hä? Ich konnte irgendwie alles doppelt oder so kaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich sage die Real Rap, ich konnte irgendwie alles doppelt kaufen. Aber es bringt gar nichts. Ich auch, lol. Wirklich? Ne. Ne, sei mal jetzt ehrlich. Ich könnte wirklich hier oben alles doppelt kaufen. Wofür sollte ich das denn alles doppelt kaufen? Hä? Ich weiß nicht, ob ich das Geld umsonst ausgegeben habe, aber... Hä, das ist komisch, Freunde. Das ist richtig komisch. Also vielleicht habe ich gerade einen Bug entdeckt, aber der Bug hat mir irgendwie nichts gebracht. Also... Schade. Also ich habe jetzt gleich meine 100.000. Jetzt kann ich hier gar nichts mehr abbrälen, Leute. Ich habe 100k gleich. Du? Ja, aber ich habe auch 100k. Ja, guck mal, ich habe... Ja. Aber denkt dran, das komplette Krankenhaus muss fertig sein, ne? Ja, na klar, na klar. Also das komplette Krankenhaus muss fertig sein, oder wir müssen ihn heilen? Ja, ja, ne, ne, komplette Krankenhaus muss fertig gebaut werden. Also auch so Hoverboard und so alles. Also ich kann jetzt mal gucken, ne, ich mache jetzt irgendwie nicht... Also, Leute, ich glaube, ich habe irgendwie einen Fehler entdeckt, dass ich einfach alles doppelt gekauft habe. Ich checke es auch nicht so richtig. So, das war es jetzt eh für dich, weil... Boah. Leute, wir heilen jetzt erstmal den Boss. Und ich hätte ihn schon längst heilen können, ne? Zwei von drei. Guckt euch das an, Leute. Der kriegt jetzt erstmal hier ein Glas Gurkenwasser. Sei mal ehrlich, hast du den Boss schon geheilt das zweite Mal? So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Geld gespart. Das habe ich. Ja, aber hast du den Boss schon geheilt? Nö, nö, boah, nö, nö. Wie brauchst du nicht? Er meinte, Chef, baue erstmal das Krankenhaus zu Ende, dann heile mich. Ich laufe jetzt hier mit 250.000 durch den... Ja, aber sonst kannst du ja nichts machen, Junge. Bist du doof? Hä? Ja, ich gucke jetzt mal, was ich jetzt mache. Ich würde jetzt erstmal die Flower oben hier. Zwei von drei. Jetzt habe ich drei von drei. Flowers? Was für Flowers? Was redest du? Was redest du mit Flowers? Über die Hälfte. Jetzt brauche ich nur noch den Kürbis. Und dann habe ich das Ding gewonnen. Hä? So. Bro, du brauchst unten noch die Boogie Bombe. Und so hast du auch alles. Ich gucke jetzt gerade, wo ich jetzt weiter was kaufen kann. Bist du schon in der nächsten Etage? Ne, ah, bei Stairs. Das kann ich direkt kaufen. So. Ja, da bin ich nämlich jetzt schon. Boom. Ja, ich bin jetzt auch oben. So, bei Floor. Nächste Etage haben wir hier, Leute. Zack, easy. Zack. Das hier auch easy. Window direkt. Ja, ja. Window. Window Color, Bro. Ich kaufe jetzt hier auch direkt die Completed Floor. Oh, okay. So, ich muss jetzt herunter, Leute. Weil es gibt jetzt nämlich noch eine kleine Sache, wo wir einen kleinen Boost bekommen haben. Let's go. Obwohl ich doppelt, ey. Das krasse ist, ich habe doppelt gekauft. Und ich bin, oh. Leute, wie viel Kohle machen wir denn jetzt? Let's go. Ey, jetzt wird richtig. Jetzt wird es nur noch gepackt. So, MBK. Damit wirst du jetzt nicht gerechnet haben, was jetzt passieren wird. Wieso? Lalalala. Lalalala. Weil jetzt, ey. Obwohl ich, guck mal. Ey, ihr habt es gesehen, Freunde. Das eine war ein Bug gewesen. Ich konnte einfach ein paar Sachen doppelt kaufen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber trotzdem. Oh, Gott. Oh, Gott. Yo. Yo. Junge, Spielplatz, alles hier, Freunde. Spielplatz, alles hier. Oh, mein Gott. Ich habe hier einen übelsten Spielplatz. Let's go. Ich habe eine... Im Krankenhaus, ne, genau. Ja, ist so. Dann kriegst du noch extra Geld dazu, ne? Ja, der Spielplatz bringt extra Geld dazu, ja. Safe. Jo. So, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel, weil ich muss jetzt oben nur noch die Security-Dings freischalten. Und dann war es das gewesen. Habe ich alles, ne? Ich habe hier alle Waffen, alles drum und dran. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe alles. Ich habe alles. Ja, vorbei. Das war es für dich. Das sag ich jetzt. Da kannst du einpacken. Oh, nein. Ich fälle hier wieder gegen Stani, den Tycoon-König. Guck mal, das Ding ist, ich will jetzt auch nicht pushen oder so. Guck mal, es war wirklich ein Bug bei mir, ne? Es war ein heftiger Bug. Ja, ja. Ich habe 100.000 Dollar umsonst ausgegeben. 100.000 Dollar umsonst? Ja, aber ja und? Also wenn du dadurch jetzt gewinnen würdest oder verlieben würdest, was kann ich dafür? Ja, ist ein Bug vom Tycoon eigentlich. Normalerweise zählt das nicht, aber guck mal, ich gewinne trotzdem. Ah, natürlich, natürlich, zählt das nicht. Nein, nicht. Security Room. Zack, ist alles günstig hier. Bei Deskloid haben wir auch fertig. Ja, jetzt muss ich dir nur noch die letzten Materialien kaufen. Was für Materialien? Äh, das Rückenwirbelgerät. Rückenwirbelgerät? Hast du das noch nicht? Rückenwirbelgerät. Sag mir nicht, dass du das Rückenwirbelgerät noch nicht hast. Ja, vorbei. Was ist das da? Was ist das genau? Erzähl mal. Ich muss leider sagen, vorbei. Also, guck mal. Kannst du da Wirbel knacken, oder wie? Bro, du musst da erstmal in den Röntgenraum gehen. Die Röntgengeräte einschalten, und dann geht's richtig ab. Nein. Ja. So, 8500 hier, Freunde. Hast du jetzt die Spielzone schon? Was denn? Das lachst du so hässlich, oder? Ich hab den Raum da schon lange oben fertig. Ich muss nur noch den Kürbis kaufen. Ja. Und ich sitze schon am Packen mit 100.000. Wie, 100.000? Wie teuer ist denn der Kürbis? Äh, Aber ich weiß, ich weiß ja, ich kauf den Tisch und Dings in Kombination. Ah, Leute, okay. Der Tisch kostet ja 40.000. Hä, ey. Bro. Ich geh jetzt mal ungefähr, dass der 100.000. Ey, Leute, das gibt's nicht. Also, wenn du das wirklich schon hast, ich schwör auf alles, ich hab verloren wegen Bug. Ich hab verloren wegen Bug. Nein, ey, wirklich jetzt. Wirklich zu 100%. Sind das denn die buggenden 500 Euro, die ich gewonnen hab? Nee, also das wäre ich sagen, sorry, aber das liegt am Simulator. Nein, nein. Also, da kannst du im Video gucken, da kannst du gerne im Video gucken, wie viel Geld ich umsonst ausgegeben hab und dann kannst du entscheiden, ob du die 500 Euro noch willst. Aber du weißt, dass es da keine Regeln gibt, außer man spielt ihn durch. Ich spiel ihn durch. Ja, aber nicht, wenn es Bugs gibt. Ich lass jetzt laufen. Ich lass jetzt laufen. Sorry, rede nicht, rede nicht. So, MBK, das war's für dich. Das war's für dich. Bro. Wie? Ich habe 300.000. Ich auch. Denk bitte dran, du musst unten auch alles freikaufen, ne? Denk bitte dran. Habe ich? So, die... Bei Hoverboard, das war aber nämlich ein Prank von mir. Ja, da war aber noch eine Boogie Bomb gewesen, ne? Okay. Oh mein Gott, nein. 175.000 kostet der letzte Bone. Oh Gott, ich habe 166.000. Und ich kaufe den gerade. Nein! Als ob. Ich sag... Laber nicht. Junge Leute. Warte! Ey, ich hab... Nein. Ey, Bro, ich hab... Leute, ihr habt's gesehen. Es war ein Bug gewesen, dass ich die ein Sachen doppelt gekauft habe, weil ich dachte, es bringt irgendwie was. Aber, ey... So, ich kaufe jetzt auch. Ich kaufe gerade auch. Flopper? Ich kaufe einen Flopper. Was musst du denn kaufen? Bro, ich kaufe gerade Rückgrat. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn jetzt? It saves the king. Warte mal, ich hab jetzt ein Bone. Ich muss jetzt runter ins Labor. Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Neuer Film. Warte, 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 warte. Warte, warte, was ist das jetzt hier? Jetzt krieg ich eine Pizza? You saved the king. Ich hab... Ich hab... Eine Pizza? Nein. Oh Gott. Wie jetzt? Warst du deinen King gesaved, oder was? Ja, und es hat sich ein neues Portal geöffnet. Warte. Das ist doch gerade ein Spaß, oder? Okay, meiner ist auch gesaved, Bro. You saved the king. Give him some rest now. Okay, ich soll den jetzt ein bisschen ausruhen lassen, Leute. Wir haben den King gesaved, und wo ist jetzt das Portal, hä? Äh. Hä? Ganz oben. Was ist das denn jetzt für ein Portal, Junge? Bei Fans? Supercar? Warte, 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 warte. Also... Also... Bro. Ich könnte jetzt noch ein Auto und einen Helikopter kaufen. Ja. Diese andere Seite? Ja, Bro. Ich sag ehrlich, du hast gewonnen. Aber das gehört doch nicht zum Krankenhaus. Ja, aber ich sag ehrlich, du hast gewonnen. Das Problem wirklich wegen Bug, Bro. Wirklich wegen Bug. Ja, glaub ich. Ey, also guckt dir das gerne an, das Video, Leute. Entscheidet unten in die Kommentare, ob ich Ihnen die 500 Euro geben soll. Aber es war ein Bug gewesen. Ihr habt es selber gesehen. Ansonsten hätte ich übelst den Vorsprung gehabt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wir haben den King gesaved. Das war's gewesen. Schömmere.